Der alte US-Präsident Donald Trump hat den Abzug aller US-Truppen aus Afghanistan befohlen. Der neue Joe Biden setzt ihn um und alle NATO-Partner müssen folgen. Jetzt sehen wir die, die folgen. Sprechen wir mit unserem Korrespondenten in Washington, Jonas Wixford. Schönen guten Abend, Jonas. Hallo, guten Abend. Jonas, erst Truppen raus, jetzt wieder Truppen rein. 3000 US-Soldaten sollen jetzt kurzfristig in die afghanische Hauptstadt Kabul fliegen. Vor was haben die Amerikaner Angst? Na, die Sorge, die ist hier schon recht groß, dass quasi auf den letzten Metern dieses Einsatzes Amerikanerinnen und Amerikaner nochmal in Kämpfe verwickelt werden könnten, möglicherweise sogar sterben könnten. Deshalb jetzt diese 3000 Soldaten, die sollen vor allem den sicheren Abzug gewährleisten. Da geht es vor allem um Botschaftspersonal, das jetzt eben abgezogen wird. Der Sprecher des Außenministeriums, der hat gestern nochmal erklärt, man werde die Botschaft, das Botschaftspersonal in den nächsten Wochen auf ein Minimum reduzieren. Hat aber angefügt, man werde die Botschaft auf keinen Fall ganz aufgeben in Kabul und hat auch sehr klar gemacht, dass das keinesfalls misszuverstehen sei als Flucht vor den Taliban, sondern vielmehr Teil des geordneten und geplanten Abzugs aus Afghanistan. Also insofern, diese 3000 Soldaten, die sollen vor allem am Flughafen stationiert sein und sie sollen eben Konvois unterstützen und sichern von der Botschaft zum Flughafen für den sicheren Abzug. Es wirkt auf jeden Fall wie eine Flucht. Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace, der hat heute im britischen Sender Sky News gesagt, der Rückzug der Amerikaner sei ein, ich zitiere, das Fehler gewesen. Wie diskutiert man das in den USA? War der Abzug der Truppen zu schnell, zu unvorbereitet? Ja, also hier werden jetzt vor allem zwei Fragen ziemlich laut in den letzten Tagen gestellt. Die erste Frage ist, wie konnte es eigentlich passieren, dass nach 20 Jahren Ausbildung des afghanischen Militärs die Truppen da offenbar so wenig in der Lage sind, den Taliban was entgegenzusetzen? Was ist da eigentlich schiefgelaufen? Ein Oberst hat das sehr selbstkritisch heute im Magazin Atlantic beschrieben. Er hat gesagt, naja, wir haben die zwar immer zum Kämpfen ausgebildet, aber im Grunde haben wir nie eine Institution, afghanisches Militär, ja unterstützt und aufgebaut. Und die zweite Frage ist ganz genau die, ist es jetzt überhaupt richtig abzuziehen aus Afghanistan unter dieser neuen Situation? Man hat ja sehr bewusst dieses Datum, 11. September, sehr historisch, sehr symbolträchtig, 20 Jahre nach 9-11 gewählt. Und zum Beispiel der Minderheitsführer im Senat, der Republikaner Mitch McConnell, der hat jetzt Biden ja sehr deutlich dazu aufgefordert, die afghanischen Streitkräfte jetzt nochmal anders und neu zu unterstützen. Und er hat gesagt, wenn das nicht passiert, Zitat, dann können wir davon ausgehen, dass die Taliban den 20. Jahrestag von 9-11 damit feiern, unsere Botschaft in Kabul niederzubrennen. Und das sind natürlich totale Horrorbilder für die Amerikaner. Also die Fragen, die werden jetzt hier schon lauter. Dann gucken wir nochmal auf die Fragen. Die Taliban übernehmen jetzt immer mehr Provinzhauptstädte und zwar tatsächlich ja überall im Land. Gestern Kandahar in Südafghanistan und Herat im Westen, die beiden größten Städte des Landes nach Kabul, heute dann drei weitere. Gleichzeitig wird ja in der katarischen Hauptstadt Doha mit den Taliban über Frieden und einen Waffenstillstand verhandelt. Aber die Frage ist ja, ob die Taliban das überhaupt noch wollen. Was machen die Amerikaner, auf die ja alle schauen jetzt, was macht Joe Biden? Also Joe Biden, ich würde sagen, der ist in einem ziemlichen Dilemma, denn die Ausgangssituation, die ist hier sehr klar. Es gibt eine große Einigkeit über beide politischen Lager hinweg, dass dieser Abzug aus Afghanistan richtig und dass er überfällig ist. Das sehen auch ganz viele Menschen so. Man hat jetzt 20 Jahre in Afghanistan verbracht und man ist einfach zu der Erkenntnis gekommen, dieser Krieg ist nicht zu gewinnen. Insofern, das stellt eigentlich niemand so richtig in Frage und das ist ja auch der Grund, warum Joe Biden, Sie haben es eben gesagt, diesen Plan von seinem Vorgänger Donald Trump weitestgehend übernommen hat. Trump war es ja, der dieses Abkommen mit den Taliban ausgehandelt hatte für den Rückzug. Er hatte den 1. Mai diesen Jahres als Datum angedacht. Biden hat das jetzt ein paar Monate nach hinten verschoben, aber im Prinzip hat er dieses Abkommen, diesen Plan von Trump übernommen. Und das wird auch nicht wirklich hinterfragt. Aber der andere Punkt ist eben, dass Joe Biden jetzt halt in Charge ist und er ist jetzt der, der sich die kritischen Fragen gefallen lassen muss, der in der Verantwortung steht für alles, was schiefläuft. Und die Frage ist zum Beispiel, warum waren eigentlich seine Geheimdienste so schlecht auf diese Situation jetzt vorbereitet, wie sie jetzt eingetroffen ist? Also vor vier Wochen noch hat sich Joe Biden hingestellt und gesagt, es sei, Zitat, höchst unwahrscheinlich, dass die Taliban so schnell die afghanischen Städte überrennen werden. Und jetzt müssen seine Geheimdienste plötzlich zugeben und sagen, naja, es wird wohl nur 30 Tage noch dauern, bis dann auch Kabul fallen wird. Und all diese Fragen, die kann man schon stellen. Warum waren Joe Biden seine Regierung und seine Geheimdienste da so schlecht vorbereitet? Insofern ist das ein bisschen das Dilemma für ihn. Auf der einen Seite tut er etwas, was hier sehr beliebt ist, nämlich den Abzug aus Afghanistan zu forcieren. Auf der anderen Seite muss er am Ende politisch den Kopf für alles hinhalten, was schiefläuft. Joe Biden wollte jetzt eigentlich nach Delaware in den Urlaub an den Strand verschwinden. Das wird er wohl jetzt mitnehmen, das Thema Afghanistan. Jonas, wir sollten bei aller politischer Diskussion ja auch die Lage der Menschen in Afghanistan nicht vergessen. Es drohe eine humanitäre Katastrophe, hat das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen heute gesagt. Werden wir auch den Blick nicht vergessen und immer wieder hinschauen. Vielen Dank, Jonas Wixford, unser Korrespondent in den USA.